Na mein Digga, Alihollo liebe Freunde, es gibt demnächst wieder einen neuen WISH Update auf meinem Kanal. Wir haben uns ja was schönes gegönnt bei WISH, das ist so eine Beleuchtungsanlage, ist in dem Sinne ein Zweierset, ist normalerweise gedacht für Transporter, aber ich dachte mir so, okay, das soll extrem helles weißes Licht bringen, was sehr gut wäre hier im Außenstudio auch wegen Zwecksbeleuchtung, sei es abends oder halt für Videoaufnahmen und wir werden diese Lichtanlage testen, ob sie ihr Geld wert ist, kostet wirklich nicht viel, teilweise kostenlos, wie wir jetzt bei WISH angeboten, beziehungsweise auch schon für 2, 3, 4, 5 Euro kann man diese Lichtanlage bestellen. Was sie genau kann, erfahrt ihr demnächst auf meinem Kanal, seid gespannt, ein Update, das Update wird für mich ein bisschen länger dauern, weil wir werden das ganze natürlich auch noch live montieren, müssen es ja testen. Also demnächst gibt es ein Update über diese schöne kleine Lichtanlage von WISH, mal gucken, ob die so geil ist, wie WISH verspricht. Hm, oder Frau Geld sparen. Wir werden sehen, walk mal auf Instagram unter markuland-youtube, also demnächst wieder schöne neue Folgen hier auf meinem Kanal, seid gespannt. So, Walu, nach Hause? Erstmal, kalt, ne? Uh, kalt, zu, uh, kalt, war du kalt, oh, Walu, kalt. Wollen wir nach Hause gehen? Ja, genau so. Los, ab ins Warme. Trotzdem danke auch für euer Geschenk. Ich habe dir auch gesagt. Trotzdem danke. Für alles. entrevist. … ... ...